Einen schönen guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten als Podcast. Heute ist Dienstag, der 22. Oktober, und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Tag. Russlands Präsident Putin empfängt dutzendweise Staatsgäste. Acht Monate nach Nawalny's Tod erscheint die Autobiografie des schärfsten Kreml-Kritikers. Und in der Champions League hat Dortmund gegen Madrid eine Chance auf Revanche. Vorher noch die Meldungen aus der Nacht in Kürze. Blackout und Hurricane. Kuba hatte zuletzt mit mehreren Problemen zu kämpfen. Laut Ministerpräsident Marrero ist nun eine Leistung von 700 Megawatt wiederhergestellt, lediglich ein Viertel der benötigten Leistung. Russland ringt um Einfluss in der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau. Aus dem Kreml heißt es nach der Wahl, die Ergebnisse zugunsten von Präsidentin Maya Sandu und der EU seien schwer zu erklären. Perus früherer Staatschef Toledo soll 35 Millionen Dollar von einem Baukonzern angenommen und der Firma im Gegenzug den Zuschlag für ein Projekt erteilt haben. Jetzt werde er zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Die Redaktion bei der FAZ hat Sebastian Balzter und ich bin Magdalena Dietz. Russlands Präsident Putin inszeniert das Gipfeltreffen der BRICS-Staaten als Schaulaufen seiner politischen Unterstützer. Dass sogar der Chef eines NATO-Mitgliedsstaats anreist, dürfte ihn besonders freuen. In Kazan, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tatarstan, beginnt heute der Gipfel der BRICS-Staaten. Das Kürzel steht für Brasilien, Russland, Indien und China, welche die Gruppe 2006 gegründet haben, sowie für Südafrika, das 2010 dazu kam. In diesem Jahr hat Russland den Vorsitz und Präsident Putin hat über den Kreis der Mitgliedsländer hinaus viele andere Staats- und Regierungschefs eingeladen, um dem Westen vorzuführen, wie viele Freunde er hat. Erwartet werden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs. Heraus sticht dabei der türkische Präsident Erdogan. Die Türkei hat als erstes NATO-Land den Wunsch geäußert, der BRICS-Gruppe beizutreten. So sehr Putin sich auch bemüht, den Eindruck von Dynamik zu verbreiten und die Gruppe als seinen geopolitischen Kampfclub zu positionieren, so unterschiedlich sind doch die Interessen der Mitgliedsstaaten. Es besteht unter ihnen keine Einigkeit, wie das Verhältnis zum Westen zu gestalten ist. Das sagte Kiews Bürgermeister Klitschko direkt nach dem Tod Alexej Nawalnys. Klitschko macht den russischen Präsidenten Putin für den Tod Nawalnys verantwortlich. Der größte Putin-Kritiker starb vor acht Monaten in einem Straflager in der Arktis. Unter dem Titel Patriot erscheint heute seine Autobiografie. Das politische Engagement Nawalnys begann gleichzeitig mit dem Machtantritt Putins. Seine Ernennung löst bei mir den Entschluss aus, mich zu wehren. Ich wollte nicht, dass so jemand an der Spitze meines Landes steht, heißt es in Nawalnys Autobiografie, die heute posthum in mehr als 20 Sprachen erscheint. Nawalny hatte mit dem Schreiben begonnen, als er in Deutschland zur Behandlung war, nachdem der russische Inlandsgeheimdienst ihn im August 2020 mit dem Kampfstoff Novichok vergiftet hatte. Nach seiner Festnahme bei der Rückkehr nach Russland im Januar 21 setzte er die Arbeit an seinem Buch im Gefängnis fort, solange das eben noch möglich war. Seine Frau kündigte einige Wochen nach seinem Tod an, das Buch als seinen letzten Brief an die Öffentlichkeit zu veröffentlichen. Bis zuletzt trat Nawalny dem Regime Putins wortgewaltig entgegen und stritt für das wunderbare Russland der Zukunft, wie er sagte. Er sei ein Volkstribun mit eigenwilligem Humor und lässiger Selbstironie gewesen, schreiben meine Kollegen Friedrich Schmidt und Reinhard Faeser in ihrer Rezension für die FAZ. Sie schildern Patriot als ein durch und durch politisches Buch und zugleich als eine große Liebesgeschichte. Unterdessen hat Nawalnys Frau angekündigt, dass sie nach Russland zurückkehren und bei den Wahlen kandidieren möchte. Der BBC sagte sie, dass Putin dafür aber erst im Gefängnis sein müsse. Krisen, Kriege und Konflikte. Und dazu noch ein Haufen Schulden. Auf der Welt sieht es gerade nicht so rosig aus. Der Internationale Währungsfonds stellt heute seinen Bericht vor und wagt eine Prognose für das nächste Jahr. IWF-Chefin Georgieva hat angekündigt, dass der Fonds mittelfristig von einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer tendenziell zu hohen Verschuldung vieler Staaten ausgehe. Im Juli hatte der IWF für das laufende Jahr ein globales Wirtschaftswachstum von 3,2 Prozent vorhergesagt. Für Deutschland erwarteten die Fachleute ein eher schleppendes Wachstum mit einem Plus von 0,2 Prozent. Unter den Industriestaaten ist das ein besonders schwacher Wert. Der Bericht wird am Rande der Jahrestagungen von IWF und Weltbank in Washington veröffentlicht, die vor dem Hintergrund zahlreicher internationaler Krisen und Konflikte stattfinden. Zwar sei die große Inflationswelle auf dem Rückzug, sagte Georgieva mit Blick auf die Prognose, man solle aber keine Siegesfeiern erwarten. In Sachsen nehmen CDU, SPD und BSW Sondierungsgespräche auf. Knackpunkt ist genau wie in Thüringen auch die Haltung des BSW zur deutschen Unterstützung für die Ukraine. Gut sieben Wochen lang nach der Landtagswahl in Sachsen nimmt die CDU heute in Dresden die Gespräche mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der SPD für eine mögliche Regierungsbildung auf. Das BSW verknüpft ein mögliches Bündnis mit einem Bekenntnis zur Friedenspolitik, das auch in einem Koalitionsvertrag verankert werden soll. Wie in Sachsen wird das BSW auch im benachbarten Thüringen für die Bildung einer Regierung ohne die AfD benötigt. Die junge Partei hatte bei den Wahlen am 1. September auf Anhieb jeweils zweistellige Stimmenanteile erzielt. Sarah Wagenknecht steht für einen russlandfreundlichen Kurs. Die Regionalverbände grenzen sich aber von der Zentrale in Berlin ab, geben sich mit Blick auf Macht und Ämter pragmatisch und kompromissbereit. In Thüringen haben CDU, BSW und SPD am vergangenen Freitag ein gemeinsames Papier vorgestellt, das sich schon fast wie ein Koalitionsvertrag liest. Nie zuvor gab es in einem amerikanischen Wahlkampf so viele gefälschte Fotos, Videos und Audiodateien wie diesmal. Zwei Wochen vor den Präsidentschaftswahlen häufen sich im amerikanischen Wahlkampf die Falschinformationen, die mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Das prominenteste Beispiel dürfte ein Bild von Kamala Harris sein, auf dem die Kandidatin der Demokraten eine rote Uniform sowie eine Kappe mit Hammer und Sichel trägt. Tech-Milliardär Musk verbreitete es auf seiner Plattform X. Eine Warnung vor der kommunistischen Diktatorin fügte er hinzu. Auf die Kennzeichnung als Computer generiert verzichtete er. Es ist der erste amerikanische Wahlkampf, in dem KI einer breiten Masse zugänglich ist. Fachleute registrieren folgerichtig einen sprunghaften Anstieg der Zahl der täuschend echten Bilder, Videos und Audiodateien, die eine Gefahr für die Wahl darstellen könnten. Und die Politik sieht dem Treiben weitgehend ratlos zu, wie meine Kollegin Sophia Dreisbach heute in der FAZ berichtet. Einzelne Staaten haben sich Regeln gegeben, auf Bundesebene gibt es aber keine Einigung. Für die Kandidaten aus Fleisch und Blut beginnt unterdessen der Endspurt des Wahlkampfs. Ex-Präsident Trump, der für die Republikaner wieder ins Weiße Haus einziehen möchte, spricht heute unter anderem vor der Waffenlobby NRA. Als Unterstützer von Harris will der demokratische Ex-Präsident Obama in Michigan und Wisconsin auftreten. Die Entführung der Landshut ist als Teil des gewalttätigen deutschen Herbstes in die deutsche Geschichte eingegangen. Was von der Maschine übrig blieb, soll künftig das Verständnis für die Demokratie stärken. Heute soll die 1977 von Terroristen entführte Lufthansa-Maschine Landshut ihre endgültige Parkposition finden. Und zwar in einer ehemaligen Flugzeugwerft am Rollfeld des Flughafens Friedrichshafen am Bodensee. Die Bundeszentrale für politische Bildung will die Werft zu einem Lernort machen und als Ausstellungshalle für den Rumpf des Flugzeugs nutzen. Palästinensische Terroristen hatten die Landshut mit 82 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern an Bord am 13. Oktober 1977 in ihre Gewalt gebracht und Flugkapitän Jürgen Schumann erschossen, um die Freilassung von RAF-Gefangenen zu erpressen. Auf dem Flughafen der somalischen Stadt Mogadischu stürmte die deutsche Spezialeinheit GSG 9 die Maschine und befreite die Geiseln unversehrt. In der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund am dritten Spieltag die Chance auf Revanche gegen Real Madrid. Am 1. Juni hatten die Dortmunder im Londoner Wembley-Stadion das Champions-League-Finale gegen Real Madrid 0 zu 2 verloren. Heute Abend gibt es in Madrid die Gelegenheit zur Revanche. Allerdings plagen den Bundesligisten Personalsorgen. Die Angreifer Karim Adeyemi und Giovanni Reina fehlen ebenso wie Rechtsverteidiger Jan Kuto. Jetzt wünschen wir Ihnen einen erfolgreichen Dienstag. Schön, dass Sie dabei waren. Den nächsten Frühdenker gibt's gleich morgen wieder für Sie. Wie gewohnt an gleicher Stelle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017